Wenn sich Rechtsextreme in einer Partei organisieren, was hier der Fall sein könnte, so verstehe ich den Verfassungsschutz, dann muss man da hingucken. Und das ist eigentlich ein selbstverständlicher Vorgang für eine wehrhafte Demokratie. Auch der Umstand, dass eine solche Information, dass eine Partei Rechtsextremismusverdachtsfall sein könnte, vor Wahlen geheim gehalten wird, dann wird gewählt, Menschen wählen die Partei und danach kommt das raus, dann sagen die Leute natürlich zu Recht, ja Gott, hätte man das gewusst? Ich glaube, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte müssen wir sehen, dass auch in einer Demokratie die Feinde der Demokratie gewählt werden können. Und insofern ist es völlig richtig, dass der Verfassungsschutz auch hier einen Blick drauf hat. Und insofern glaube ich, dass das eine gut begründete Entscheidung ist. Also die Entscheidung des Verfassungsschutzes ist keine Überraschung für uns, sondern das ist das Ergebnis einer jahrelangen Radikalisierung der AfD. Die AfD lässt ja keine Gelegenheit aus, demokratische Institutionen zu verunglimpfen. Rechtsextremisten haben de facto die Partei übernommen. Hier im Bundestag erleben wir in jeder Sitzungswoche rechtsextreme Verschwörungserzählungen. Der Flügel ist formal aufgelöst, aber die Mitglieder des Flügels sitzen weiterhin an wichtigen Positionen in der AfD. Björn Höcke ganz voran. Andreas Kalbitz ist zwar ausgeschlossen, aber trotzdem Mitglied der Landtagsfraktion. Und das zeigt, dass all diese Personen immer noch einflussreich sind in der AfD und dass der Flügel weiterhin die Macht hat. Ich würde hoffen, dass der eine oder andere Wähler sich davon beeinflussen lässt und sich Gedanken darüber macht, ob es wirklich sinnvoll ist und ob man das machen kann, dass man eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, was ja schon eine sehr qualifizierte Aussage ist, diese Partei zu wählen. Ich befürchte allerdings, dass ein Großteil der Wähler der AfD sich davon nicht beeindrucken lassen wird. Wenn sich das so bewahrheitet, und davon gehe ich aus, ist das eine Entscheidung, die ich für logisch und auch für sachgerecht und angemessen halte. Die AfD hat es nicht geschafft, auch nachdem, ich sag mal, diese Bemühungen ja deutlich geworden sind, sich wirklich in irgendeiner Weise von den Rechtsextremen in ihren Strukturen zu distanzieren. Ganz im Gegenteil, man hat den Eindruck, die Rechtsextremen gewinnen da noch mehr Platz. Und der Flügel ist zwar vielleicht formal aufgelöst, real ist er existent und sehr mächtig in der AfD.